Ein Hallihallo und ein herzliches Willkommen hier bei Metro 2033. Ja, ähm, wir erkunden gerade hier die Bibliothek. Schauen wir mal, was wir finden. Wir finden zum Beispiel Munition. Das ist doch schon mal was. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich wette nichts Gutes. Ich wette, es werden jede Menge Drecksviecher sein. Jetzt gucken wir mal auf die Map, in welche Richtung wir müssen irgends in diese Richtung. Wo, 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 wo. But, 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 what, 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 what the fuck bist du? Stirb. Fucking, fucking Drecksviech. Fucking Drecksviech. Fucking, fucking Drecksviech. fucking drecksfähig. Das ist ja, das ist ja voll riesig. Da kann ich ja, da kann ich ja, da kann ich. Da, 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 da. Oh Gott. Ah, er stirbt doch. Jetzt ist es, jetzt ist es, jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus, jetzt ist es aus. Alter Schwede. Alter Schwede. Stirb doch einfach, stirb doch einfach. Stirb doch einfach, stirb doch einfach. Wo muss ich hin? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein, 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 nein Nein, 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 nein Das Fiech verreckt nicht Das Fiech verreckt nicht Das Fiech verreckt nicht Ja, jetzt verreck ich Jetzt ist es zu spät, jetzt verreck ich Weil ich keine Geismaske mehr hab Ja, dann stirb doch bitte Atheon Das geht nicht kaputt Ja, ja, danke, dass du mal gestorben bist, Atiom hier Was sind das für ein fucking Drecksviech? Das geht ja mal gar nicht Oh, du Scheiße Ach, du Scheiße Wer soll denn das schaffen? Wenn dieses Drecksviech nicht verreckt Oh Gott Okay, es ist weg Dieses fucking Drecksviech verreckt ja nicht Das ist ja Das ist ja Das ist ja Beschiss Das ist ja Oh, fuck Oh, fuck Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Nein, 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 nein. Verreck doch bitte. Verrecke. Verrecke. Es verreckt nicht. Ich versuch's jetzt einfach, ob die Viecher überhaupt verreckten können. Nee, die können nicht verrecken. Okay, dann gucken wir uns bitte um. Danke. Damit ich zumindest weiß, dass ich vor diesen Viechern wegrennen muss. Fuck. Was soll die Kacke? Was soll die Kacke? Ich hole mir diese Munition im Eck jetzt nicht. Laufst du bitte weg? Komm jetzt geh weg hier. Da geht doch da jetzt gleich weg. Ist doch jetzt davor auch immer weggegangen. Und dann laufen wir doch nochmal hin, dann holen wir uns die Munition. So. Der ist jetzt doch immer weggegangen. Wir schleichen. Okay, wir schleichen nicht. Wir schleichen nicht, weil Schleichen uns nichts bringt. Ja, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das schaffen? Tür, geh auf! Fucking! Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Fuck. Entspannend. Surfboard, surfboard, surfboard. Lauf. Nein, nein, fuck. Oh, fuck, 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 fuck! Nein! Nein! Was ist das? Was ist das für ne Scheiße hier? Was ist jetzt? Wir sind safe! Wir sind safe! Wir sind safe! Ach, ist das geil! denn irgendwie ist da jetzt zu. Wir sind safe. Oh. Oh, ist das schön. Wir sind niemals safe. Wir sind nie und nimmer safe. Da dachte ich nur doch, dass wir nicht safe sind. So was von gar nicht safe. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich werde es gleich wieder verrecken. Ja, jetzt. Komm schon. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, fuck. Wir haben kaum mehr die Pack mehr. Ja. Das geht nicht auf hier. Hier wäre ein Medipack und hier geht es weiter. Ja, 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 ja. Hier geht es noch weiter. Jetzt komm schon. Die Tour hat Yom, bitte. Und ein neuer Safe Point. Ein neuer Safe Point. Bitte, bitte, bitte. Geh auf. Fucking, fucking, fucking. Oh. Ja. Juhu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott Nein , nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein Was? Es hat mich in Ruhe gelassen. Es hat mich überleben lassen. Boah, fucking Drecksvieh. Alter. Alter, da war wieder so ein Vieh. Nein, 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 nein. Nein. Wo muss ich hin? 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 Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Und jetzt bin ich hier unten. Okay, ich muss genau in die andere Richtung. Oh, fucking. Oh, fuck. Flieg da, da runter. Fucking Drecksvieh. Fucking Scheiße. Fucking. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Alter. Nein, lass mich in Ruhe. Fuck. Fuck, wo muss ich hin? Fuck, wo muss ich hin? Lass mich in Ruhe. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Fuck, 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 fuck. Da ist gerade kein Vieh. Okay. Alter. Nein. Wo muss ich hin? Irgendwo in diese Richtung. Irgendwo in diese Richtung. Also raus. Ich muss raus, oder? Ich muss raus. Wo muss ich raus? Wo muss ich hin? Wo muss ich, verdammte Kacke, nochmal hin? Ah, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss in diese Richtung. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das sind so Pfeile. Oh, fuck. Fuck. Ich muss irgendwo in diese Richtung. Oh, fuck, 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 fuck. Geh weg, da Drecksviech, geh weg, da Drecksviech, geh weg, da Drecksviech. Da war ich noch nicht, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Doch, da war ich schon. Fuck. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich werde das Level nicht schaffen. Ich muss hier durch. Jetzt? Fucking, 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 fucking Drecksviech. Ich muss hier irgendwo da laufen. Wo muss ich hin? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ich muss nach oben. Ich muss wieder nach oben. Ich muss wieder nach oben. Ich habe keine Ergasmaske mehr. Ich werde so jämmerlich verrecken. Ich werde so jämmerlich verrecken. Ich werde so verrecken. Oh, fuck. Ich werde so verrecken. Wie komme ich dann vorhin gleich nochmal nach oben? Ja, das wird nix. Ja, ja. Jetzt geh halt weg da. Oh, fuck. Wie kam ich da nach oben? Wie kam ich da nach oben? Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Oh, fucking. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ja, jetzt habe ich es wieder mal geschafft. Oh, fuck. Was ist das für ein Level? Und jetzt läuft Atiom wieder von selbst. Wir waren gerade so schön oben. Er läuft wieder von selbst. Das war ja super. Ja, laden nochmal, bitte. Jetzt läuft er wieder von selbst. Ja, von selbst zu laufen auf Atiom. Danke. Okay, jetzt nehmen wir hier das mal mit. Jetzt nochmal ganz in Ruhe. Wir müssen in diese Richtung. Da kommen wir natürlich nicht durch. Ist klar. Ah, jetzt ist wieder hier so ein Drecksviech. Na, lass mich doch in Ruhe. Da kann es nicht durch, oder? Okay, er kann es nicht durch. Ach, wer ist so einfach gewesen? Ja, ach so, ja. Aufmachen. Einfach mit der Hand aufmachen. Wäre manchmal viel, viel leichter. Boah. Nein! Nein, 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 oh, fuck, jetzt laufe ich hier auch nur in der Sackgasse. Und dann, jetzt bin ich hier unten. Das wird mit Sicherheit die falsche Entscheidung gewesen sein. Vielleicht auch nicht. Boah, es ist ein Problem, ist das Schießen. Ja, nix bringt und ich schieße halt trotzdem, ne? Boah. Es sind auch nur zwei von den Viechern. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder, bin ich jetzt wieder in der Eingangshalle? Na super. Das habe ich ja sehr schlau gelöst. Oh fucking. Was ist das für ein Dreck? Jetzt läuft Atiom wieder von selbst. Ganz ruhig. Ich habe keine blassen Dunst, wo ich hier nur bin. Oh man, warum kommt jetzt da? Ich war so still und trotzdem kommt da wieder so ein Drecksflug und ich habe keine Ahnung. Erzanne, ich... Mist, jetzt werde ich sauer. Jetzt werde ich sauer. Jetzt laufe ich auch noch in die falsche Richtung. Durch da, Atiom. Danke. Okay. Hier sind wir für einen Moment safe, weil er aus irgendeinem Grund hier nicht durchkommt, was total schwachsinnig ist. Aber wir sind hier mal eben safe. Okay. Den Drecksflug, die kann man irgendwie nicht umbringen. Wir müssen in diese Richtung. Warum auch immer. Moment, die konnte man auch irgendwie aufladen. Nur wie konnte man die aufladen? Wie konnte man die aufladen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, wie man die aufladen konnte. Ach so, bleibt da in geduckter Stellung oder was? Ist auch nett zu wissen. Ja, diese Waffe bringt mir nichts, wenn sie nicht aufgeladen ist. Wow. Das hier nach unten zu gehen, bringt mir ja auch nichts, weil ich hier ja schon war. Oh, leck mich am Arsch. Leck mich doch. Leck mich. Fucking. Fucking Drecksflug. Jetzt bin ich wieder in Eingangshalle. Ich komme auch hier nicht mehr rauf. Ich komme auch nicht mehr weg. Ich komme auch nicht mehr weg. Und ich... Ich sehe es jetzt nicht ein. Ich... Ich werde jetzt hier diesen hier machen. Weil ich hier partout nicht weiterkomme. Und werde mir jetzt eine Lösung suchen. Ich habe keinen Blassenschimmer. Tut mir leid. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass die Folge so arschfällig war. Aber ich habe keinen Blassenschimmer, was ich hier gerade mache. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Bis bald dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.